Ja, gehen wir weiter. Wir sammeln jetzt einfach mal hier Material ein, wenn das schon hier so liegt. Oh cool, das geht ja recht fix mit dem hier. Die Flange nehmen wir. Nein, nehmen wir den. Ja, die haben auch nur Müll. Echt? Nur Müll. Was können die hier machen? Die können nicht aufräumen. Dann fällt denen so ein Kran zusammen. Ja. Konkurrent wahrscheinlich. Aber trotzdem meine Leute. Es ist kein Mensch da, ne? Ach, die habe ich ja gekündigt. Stimmt, die habe ich ja gekündigt. Da ist ja keiner mehr. Ach ja. Das nenne ich mal leichte Rohstoff-Sammlung. Einfacher geht es nun wirklich nicht. Ja. 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 Ja, vielleicht reiße ich das ganze Ding ja auch irgendwann ab und baue da hier auf dem Grundstück ein neues. Dann schaub ich mir erst zurück. Aber du verkaufst gar nicht erst, wenn du was sauber machst und nutzt es halt selber. Aber auf dem Grundstück mein eigenes Mäuschen. Mäuschen. Wäre auch cool. Aber dafür muss ich das Gefühl, dass wir noch Ressourcen noch haben. Und so lange dient mir das große Hochhaushalt dann als Unterschrift für die Lootmonde. Das da. Und danach verziehe ich mich nach hier hin vielleicht und baue mir hier mein eigenes Haus auf. Hat dann auch mehrere Etagen. Mal gucken. Ja. So, aufgeräumt würde ich sagen. So. noch sauber aufräumen hier brauchen wir das alles abholzen weg machen so so da hinten ist auch noch das gebäude ist aber das kann nicht schnell einreißen lassen hier und dann kann man hier sein eigenes häuschen basteln ist ganz cool wir müssen jetzt nur wie ich nach oben finden was passiert wenn ich den beiden jetzt weg holte noch mal bei zwei anstrengende sowas auch einmal referieren aber jetzt schon gut mit dem super gut Wo ist denn die Tasche jetzt gar nicht hin? Jetzt hier runter... Naja... Das krieg ich besser hiermit weg... Meine Ausdauer, die sinkt jedes Mal, bevor ich keinen Hunger habe und keinen Durst... Oh, guck mal! Damit geht das auch viel schneller! Okay... Dann machen wir das damit... Zack, und weg! Und das ist Stein... So... Hast du Kopfschmerzen? Ich löse dich, gibt hier Asterin... Hier ist Asterin... Finde ich wahr... Soll die Olle... Tid! Tid! Die Leute haben hier Jungs, Jungs, Jungs So, so, so Okay, wir wollen aber Rahmenformen haben Einfach in einfacherer Rahmenform Reicht mir schon Oh, Benzin Ah, hier war ich glaube ich schon Dann muss ich hier hoch, dann da Dann kann ich hier Super Ich habe euch doch gesagt, ihr seid gefeuert Und meine Güte Hartnäckige Mitarbeiter Gefeuert 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 Gefeuert